Verehrter Herr Präsident Brumme, lieber Herr Kurz, Herr Präsident Erbe, Herr Ministerialdirektor Steinbach, Herr Abgeordneter Röhm, Herr Dr. Epp, lieber Herr Schumacher, Studierende, Dozenten, Freunde, Förderer dieser Hochschule und der Wissensstiftung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bringe Ihnen die beste Grüße der Europäischen Kommission, von Brüssel nach Reutlingen und dies mit Respekt vor zehn Jahren einer Aufbauarbeit, die weit über die Stadt hinaus Anerkennung gefunden hat, breit getragen von Qualität und Herz. Und ich wünsche, wir wünschen Ihnen weiter in dieser Arbeit der Bildung und Weiterbildung hier auf dem Campus alles Gute, viel Erfolg. Als ich in den 1970ern in Tübingen Student war und in Mähringen lange gelebt habe, war die Arbeitsteilung, das Profil eigentlich klar. Reutlingen, das war Textil, Maschinenbau, Industrie, Handwerk, Leder, der Weg zur Alp zum Skifahren und der Mutscheltag. Tübingen war Wissenschaft. Heute ist Tübingen Wissenschaft geblieben, mit ein bisschen mehr Industrie und Reutlingen ist Wissenschaft und Bildung und Weiterbildung geworden. Dafür standen Männer wie Herr Ubiklo, unnahmlich, man konnte ihm nicht entgehen. Kein Empfang, keine Veranstaltung, ohne irgendeinen Wunsch, den er einem entgegenbrachte. Wägelagerer auf höchstem Niveau. Dafür stand Hermann Schaufler, er wurde zu Recht erwähnt. Andreas Rentschler, mein Freund, der lange hier im Hochschulrat tätig war. Und dafür stehen jetzt Sie alle, alle Anwesenden. Ich wünsche Ihnen bei dem weiteren Aufbau dieser Einrichtungen alles Gute und viel Erfolg. Wir leben in einer digitalen Revolution. Eine Revolution, die ein Teil des Trends, des weltweiten Trends ist. Globalisierung, Automatisierung, Digitalisierung. Ich ergänze um andere Trends. Populismus, Protektionismus, Nationalismus. Und oftmals sind die, die Globalisierung, Automatisierung und Digitalisierung nicht verstehen oder Sorgen haben, Verlierer zu werden glauben. Die, die sich der anderen Entwicklung, Populismus, Protektionismus und Nationalismus zuwenden. Und deswegen ist Bildung und Vermittlung der Inhalte, der Wirkungsweisen, zum Beispiel der digitalen Revolution, so wichtig. Es ist eine Revolution, eine schnelle Revolution. Transformation, aber auch Disruption. Und es wird Gewinner und Verlierer geben. Und wir müssen uns deswegen nüchtern fragen, wo steht Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland, die Europäische Union in dieser globalen, technologischen und auch humanen Veränderung. Zunächst gesagt, vorne liegen wir nicht. Je näher man zur Industrie kommt, desto stärker sind wir. Die Anwendungen in der Fabrik, am Produkt, da sind wir stark. Industrie 4.0. Je näher man zu Menschen, zur Kommunikation kommt, zur Datennutzung kommt, liegen wir weit zurück. Der Trend wird eindeutig durch Silicon Valley und Pentagon geprägt. Von China, Made in China, 2025, 1 zu 1, planwirtschaftlich, kapitalstark kopiert. Die Dynamik ist ungeheuer. Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon. Nur fünf. Ich könnte zehn weitere erwähnen. Mit Qualcomm, IBM, Unipackert, Intel, Cisco und andere. Die fünf, keiner 40 Jahre alt, die jüngsten 17 Jahre jung, haben eine Börsenkapitalisierung, die ist zweieinhalbmal so hoch wie der DAX. Die 30 Lokomotiven der stolzesten deutschen Industrie, Bayer, BASF, Siemens, SAP, Deutsche Bank kaum mehr, Daimler Stabil, VW, naja, jedenfalls. SAP, die 30 Lokomotiven der deutschen Industrie, zum Teil 160 Jahre alt, haben nur 40% an Börsenwert wie fünf Youngster aus den USA. Und China kommt eins zu eins. Wenn man diese digitale Revolution erkennt, sie mitgestalten will, braucht man eine Strategie. Wie sieht die Strategie aus, die die Europäische Kommission empfiehlt? Erstens, wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt, eine Digitalunion. Es geht um Skaleneffekte, es geht um die Betriebsgröße. Das heißt, wir brauchen eine Strategie für die Infrastruktur, eine grenzüberschreitende, leistungsfähige Infrastruktur. Wir brauchen Free Flow of Data. Wir brauchen die Freiheit, für Personen, Waren, Güter, Dienstleistungen und Geld und auch für Daten im europäischen Binnenmarkt nutzbar zu sein. Bei Infrastruktur sind wir nicht wirklich gut. Heute Morgen fuhr ich um 6 Uhr in Brüssel los. Ziel zunächst Luxemburg, der Rat und dann Reutlingen. Ich hatte eine Telefonistin dabei, acht Gespräche. Ich habe 20 Mal gewählt, aber nur sechs Gespräche geschafft. Scheinbar haben sich gerade auch in Deutschland die Funklöcher seit Jahrzehnten bewährt. Ich rede nicht vom Hochschwarzwald, ich rede von Autobahnen. Und deswegen, wenn wir nicht weit mehr und weit schneller in Glasfaser und nicht mehr in Vectoring und in 5G die Revolution, 100-fache Qualität, Latenz, 100-fache Kapazität, Quantität investieren, dies ist die wichtigste Investition unserer Generation. Wir haben dafür nicht mehr zehn Jahre Zeit. Man kann im ländlichen Raum lieber Schlaglöcher als Funklöcher akzeptieren. Egal wo und Digital Farming kommt, Gebäude, Fabrik, Wohnumfeld, ländlicher Raum. Der Wert eines Grundstücks wird in den nächsten Jahren in der Frage online, offline, schnell, langsam, entscheidend geprägt sein. Wir brauchen eine kluge Strategie und eine gemeinsame Spektrumpolitik. Wenn Sie von Brüssel über Luxemburg hierher fahren, der Pass wird nicht mehr gezeigt, der Kofferraum nicht mehr kontrolliert. Die Währung bleibt gleich. Ich weiß trotzdem, ob ich gerade in Luxemburg oder Deutschland bin. Weil an der Grenze sind fünf Minuten im Funkloch garantiert. Was für ein Irrsinn. Wir brauchen eine europäische Spektrum-Frequenzpolitik. Und den Weg zu 5G zeitgleich. Fahren Sie mal von hier nach Hamburg auf Ihrem Display 3G. Funkloch 4G LTE, Funkloch 5G noch gar nicht. Südkorea rollt derzeit aus. Wir liegen zurück. In der Erfindung sind wir immer stark. In der Anwendung, in der Fläche sind wir viel zu langsam unterwegs. Infrastruktur. Faktor Nummer 1. Zweitens. Datensicherheit. Cyber Security. Wir brauchen eine Strategie für ein Höchstmaß an Datensicherheit. Gegen Störung, Zerstörung, Diebstahl. Der Industriediebstahl der Zukunft findet im Netz, in der Cloud, im Datenspeicher. Und nicht mehr mit der Rollei in der Fabrik oder der Mitnehmer des Blaupause statt. Beim Thema Cyber Security sind wir alle fahrlässig unterwegs. Zum Thema Verkehrssicherheit wissen wir viel. Der Gurt, die Nackenstütze, Abstandssensorik, Knautschtonne wird gekauft. Am Arbeitsplatz, wenn die Presse von Schule runtergeht, der Arm wäre drin, sie hält intelligent an. Der Roboter bleibt stehen, wenn der Mensch um die Nahe kommt. Am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr sind wir auf Sicherheit angelegt. Beim Thema Daten sind wir fahrlässig unterwegs. Drittens. Wir brauchen öffentlich-private Partnerschaften, wenn es um die großen Projekte für die Industrie, für die Anwendung von morgen geht. Robotik als ein Beispiel. Mit KUKA, Siemens, Bosch, ABB und Schunk aus Laufen am Neckar. Photonik als ein zweites Beispiel. Sensorik mit Bosch in Reutlingen und Sieg in Waldkirch und den europäischen Partnern. High-Performance Computing. Nur der Spät kam 1986 aus den USA zurück. Brachte einen Cray-2, den damals leistungsfähigsten Großrechner der Welt mit. Hat den Landtag nicht gefragt. Ja, mit dem Teufel war Stinke Sauer, aber es hat geklappt. Heute von den besten 20 Superrechnern der Welt. Platz 9 nach Stuttgart, 11 Jülich, 18 Garching. Aber mit dem, was in den USA geschieht, fallen wir in die dritte Liga zurück. Wir brauchen aber nicht 16 Superrechner, nicht 28 in Europa. Wir brauchen zwei bis drei für die Forschende mit größten Datenmengen umgehende Industrie und für Max Planck, Fraunhofer, DFG, Helmus, Leibniz und all die anderen. Mehrwert einer europäischen Partnerschaft. Das Thema Quantentechnologie wird die Revolution innerhalb der digitalen Revolution sein. Vorne in Europa, TUM, Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Delft, Lyon. Gemeinsam halten sie gegen die Kapitalkraft von Google und Apple mit. Einzelnen kein einziger Mehrwert eines europäischen Teams. Das Thema künstliche Intelligenz wird die nächste größere Veränderung. Hier liegen wir weit zurück, meilenweit zurück. Und auch hier brauchen wir die Substanz und die Kapitalkraft und die Spitalisten der gesamten Europäischen Union, wenn man mit der Wucht Asiens und der Wucht der USA mithalten will. Die Themen liegen auf der Hand. Und wir müssen intensiv mit Finanzmitteln und mit Personalressourcen rangehen. Wir brauchen viel mehr IT-Spezialisten, als Deutschland derzeit hat. Wir gehen davon aus, dass die doppelte Zahl von Studienplätzen notwendig wäre. Der Weltmarktführer in Indien für Software und Beratung hat allein im Generationswechsel jährlich 20.000 Informatiker, Physiker, Nachrichten elektronische gebraucht und 30.000 on top. Wir haben nicht mal annähernd so viel in unseren Studienfächern von Karlsruhe bis nach München, bis nach Darmstadt, Katalautern in ganz Europa. Und deswegen, wir müssen ernsthaft prüfen, wo sind wir gerade noch vorn, wo liegen wir weit zurück, was wird in den nächsten zehn Jahren geschehen, in dieser Transformation oder in dieser disruptiven Veranstaltung. Jeder Sektor der Wirtschaft wird digitalisiert, den man überhaupt digitalisieren kann. Die Medienwirtschaft ist digitalisiert. ARD und ZDF sind in Gefahr, Entschuldigung, und NTV auch, wegen Netflix. Und die Tageszeitung wegen Google und Facebook. Ist uns dies eigentlich bewusst? Und wenn es uns nicht gelingt, ich war gerade beim GEA, Qualitätstageszeitungen zu halten, wird die Entwicklung durch Fake News, wie im Mittleren Westen, in den USA geprägt sein. Die Bankenwirtschaft, Bankdienstleistungen brauchen wir, Banken nicht unbedingt. Der junge Mensch geht nicht mehr zur Bank, der ist online unterwegs. Der hebt gerade noch am Geldautomat ab, wenn man in Deutschland noch ein paar Jahre bar bezahlen wird. In Schweden bezahlt man nur noch unbar. Der Trend kommt, glauben Sie mir es. Und die Sparkasse hat dort die Filiale und Zweigstelle, wo der Bürgermeister im Kreistag sitzt. Kommen Sie der Kerl im Ruhestand, Rollladen runter, Zweigstelle zu. Jetzt haben Sie Pay direkt eingeführt. Bisher kein Erfolg. Apple Pay, den Apfel kennen 5 Milliarden Menschen auf der Welt. Paypal eingeführt. Alipay kommt. Und Pay direkt schreibt man mit K. Vertiefe es nicht. Das heißt, ich will ja kein schlechtes Bild malen, aber Ihnen aufzeigen, wenn wir nicht besser werden, schneller werden, im europäischen Team arbeiten, werden wir im Sandwich zwischen Silicon Valley und China erdrückt. Gestatten Sie mir, das Thema Weiterbildung anzusprechen. Ich will den Jungen hier im Saal sagen, stellt euch auf die Rente mit 70 ein. Das wird in Berlin nicht gern gehört. Da wurde die Rente mit 63 eingeführt. Was für eine unerhörte Veranstaltung. Wenn man weiß, dass unsere Demografie die schwierigste Weg der Welt ist, dass die Deutschen mit Japan das älteste Volk der Welt sind, dann müssen wir einfach begreifen, wenn man immer älter wird, kann man nicht früher in den Ruhestand gehen. Adam Riese wäre als Berater hierfür der richtige Mann. Wenn man aber auf dem Weg bis zum 70. Lebensjahr fit bleiben will, muss man auftanken. Das ist wie bei der Formel 1, Boxenstopp. Damit man fit bleibt. Und deswegen müssen Bildungsstätten weiter Bildungsträger werden. Im Handwerk, im Handel, in der Industrie, in der Wissenschaft. Das ist eine Aufgabe der Kammern und indirekt über Stiftungen mit von der Kammer getragen. Eine kluge, zukunftsfähige Investition. Vor zwei Stunden hat Donald Trump Straftölle auf Autos angekündigt. War absehbar. Das geht in den Nerv Baden-Württembergs. Straftölle, weil er in der Handelsbilanz USA, Europa, nur Waren und Güter hineinrechnen will. Nicht Dienstleistungen, nicht Investitionen, nicht digitale Dienste, Plattformen, Social Media, Big Data. Und 20% auf eine E-Klasse, S-Klasse, einen Porsche, sind eine eindeutige Marktverschlechterung. Sollen wir reagieren? Wir überlegen derzeit eine Digitalsteuer. Da brauchen wir Ihren Rat. Warum? In der analogen Welt kann man sehr wohl errechnen, wo der Anteil von Wertschöpfung steckt. Für die Komponente. Für das Rad von Michelin. Für die Batterie von Varta. Für den Sitz von Recaro in der Produktion in Sindelfingen. Dann zerlegt man Umsatzuntertrag und ordnet es den entsprechenden Ländern und Finanzverwaltungen zu. In der digitalen Welt ist es nicht so einfach. Apple stellt Hardware her. Nein, sie entwickelt sie nur. Hergestellt wird sie in Ostasien. Die Software stammt aus Silicon Valley. Der Nutzer sitzt in Reutlingen. Googelt Last-Minute-Urlaub. Googelt Restaurant in Reutlingen. Googelt Knowledge Foundation. Und die Daten gehen eins zu eins in die USA, in den dortigen Speicher. Daraus kommt Google eine Erkenntnis, was ihre Präferenzen, ihre Fragen, ihr Profil sind. Damit wird Werbung treffsicher gemacht. Streuverluste werden vermieden. Ist die Wertschöpfung jetzt in Silicon Valley oder in China oder in Reutlingen? Denn daran wird die Steuerpflicht orientiert. Da die Milliarden verdienen und nur wenige Millionen in Steuern bezahlen. Und da dies ein Wachstumsmarkt geworden ist und bleibt, kommt dem Thema einer fairen Besteuerung von Geschäftsmodellen um Daten herum eine entscheidende künftige Bedeutung zu. Wenn wir die Strafzölle einmal ins ganze Bild einpassen, kommen wir zum Ekläbnis. Wir leben in einem Wettbewerb von Werteordnungen. Man könnte auch sagen, einem Kampf von Systemen. Wir, Sie und ich, nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland begonnen, verschuldet, verloren, aufgewachsen, haben eine Werteordnung kennengelernt, erzogen von Amerikanern, Briten, Franzosen, Lehrern und Eltern, die im Grundgesetz steht, die in der Landesverfassung steht, die im Vertrag von dieser Bonn steht. Parlamentarische Demokratie. Soziale Marktwirtschaft. Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit von Gerichten. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit. Eine liberale Gesellschaftsordnung, freiheitlich geprägt. Und ein Menschenbild obendrauf. Ein jüdisch-christlich geprägtes Menschenbild. Toleranz dem anderen gegenüber und ihr. Man nimmt ihn, wie er und sie sind, Hautfarbe, Kultur, Politik, Rasse, Einstellung, erwartet dasselbe umgekehrt. Auch Nächstenliebe genannt. So wurden wir geboren, wurden wir erzogen, wurden wir großartig und alt, erziehen wir unsere Kinder. So waren wir lange erfolgreich unterwegs. Am Rhein gegründet, haben wir die Werteordnung entlang der Donau zum Schwarzen Meer exportiert. Jetzt erleben wir, dass es auch andere Ordnungen und Unordnungen gibt. Unordnungen vom Schlimmsten wie Terrorismus, Islamismus, Vertreibung, Vergewaltigung, Diktatur, Hungersnot. Und andere Ordnungen? Autokratien. Ankara, Moskau, Washington D.C. Autokraten, die unsere Werteordnung nicht nur nicht achten, sondern verachten, stören, nein, zerstören wollen. Und wenn uns unsere Werteordnung für vorzugswürdig, nicht überlegen, aber für vorzugswürdig erscheint, parlamentarische Demokratie, soziale Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit von Gerichten, Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, das Menschenbild, die liberale Gesellschaft, wenn wir dies dafür unsere Kinder erhalten wollen, anderen Weltregionen anbieten wollen, dann müssen wir dafür kämpfen. Mehr als Sie und ich es bisher tun. Wir sind fahrlässig unterwegs. Auf dem Höhepunkt unserer ökonomischen Leistungskraft, stärker waren wir nie, stärker werden wir nie, sind wir fahrlässig unterwegs. Wenn ich gerne nach Baden-Württemberg immer komme, meinen Freundeskreis, Bekannte treffe, die Hauptdarwerte heißt, was macht dein Golf-Handicap? Glückwunsch. Was macht die Bäuer am Bodensee? Braucht man den Dritturlaub nach dem Zweitorlaub? Braucht man zum Oktoberfest ein neues Dirndl oder reichen die beiden Alten noch aus? Zukunftsdebatten werden in der Gesellschaft viel zu wenig geführt. Wir sind eine gegenwärts, konsumtiv geprägte Gegenwartsgesellschaft geworden. Die Dynamik von Silicon Valley, von China, Südkorea, Israel, Indien zu erkennen, Autokratien zu durchschauen und dann zu agieren und zu reagieren, Zusammenhalt zu pflegen. Die Union, das Abendland, den Westen, leider ohne USA derzeit, ist eine dringende Notwendigkeit unserer Zeit. Und gerade für Orte, in denen Exzellenz ausgebildet wird, wie hier, kann mein Appell nur gehen, werdet dieser Verantwortung mit Weitblick gerecht. Alexander von Humboldt sagt, ich zitiere, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Menschen, die die Welt nie angeschaut haben. Liszt hat die Welt angeschaut. Weiterbildung heißt, dass man auch andere Entwicklungen erkennt. Neugierig bleibt, ehrgeizig bleibt, investiert, innovativ bleibt. Und nicht, dass man in der Gegenwart selbstzufrieden in den Alltag hineingeht oder gar hineinschläft. Wenn wir eine digitale Souveränität erhalten, nein, rückgewinnen wollen, wenn wir eine eigene Datenwirtschaft entwickeln wollen, wenn wir es nicht nur von der Cloud aus den USA und von neuen Diensten aus China abhängig machen wollen, wenn wir in der gesamten Wertschöpfung drinbleiben wollen, dann brauchen wir eine digitale Strategie, dann braucht jeder in seinem Betrieb digitale Grundkompetenz, dann brauchen wir Spezialberatung und einen europäischen digitalen Binnenmarkt, dann sehe ich für uns in Europa, Deutschland, Baden-Württemberg, Räutlingen eine gute Chance. Wenn denn, wenn nicht, wird die Entwicklung sicherlich eher schwierig sein. Europa, noch ein Satz. Ich war vor kurzem beim Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Nummer eins der Welt. Den fehlen Patientenzahlen. Die brauchen Hunderte, nein, Tausende, Hunderttausende von Krebspatienten aller verschiedenen Krebsformen. Schließen jetzt ein Abkommen mit allen Kliniken in Athen. Und da es eine europäische Datenschutzgrundverordnung jetzt gibt, die in Teilen noch Mängel hat, ist der Datenaustausch mit gemeinsamen Regeln jetzt möglich. Und es kommen viele anonymisierte, pseudonymisierte Daten aus Athen hierher. Die werden dies mit Bukarest fortsetzen, mit anderen Orten. Das ist die Betriebsgröße Europas. Wenn man dafür eine Union hat, einen Binnenmarkt hat, gemeinsame Standards hat und nicht in Protektionismus und Nationalismus beides von Populisten geprägt zurückfallen will. Bei allem Respekt vor Baden-Württemberg. Nehmen wir gleich noch den etwas sehr stolzen Freistaat, Bayern genannt, hinzu. Und ich kann nur eins sagen, also ich bin Christdemokrat, aber ob des Stilverfalls mehr als empört. Wie kann man den Kindern etwas an Erziehung beibringen, wenn sich dort Unionsbrüder und Schwestern so gegenseitig behandeln? Und wir erwarten dringend eine Bundesregierung, die handlungsfähig bleibt und nicht nach einem halben Jahr, bevor sie sich gefunden hat, nach 100 Tagen wieder in Schwierigkeiten kommt. Jedenfalls, wenn wir diese digitale Story enthalten wollten, reicht Baden-Württemberg nicht so aus. Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam, Kehl bis Passau, Weinheim bis Straßburg, bis Pagarmisch, weniger Einwohner als Shanghai. Es gibt sieben Shanghais in China und bald 20 und Deutschland hat bald noch ein Prozent der Weltbevölkerung. Es geht um die notwendige Wahrnehmbarkeit zum Erhalt einer Souveränität in einer wachsenden, immer größer werdenden, dynamischen Welt. Und deswegen will ich dieser Hochschule und dieser Stiftung zurufen, macht eure Strategie im europäischen Umfeld fest. In Reutlingen zu Hause, mit Blick nach Europa, in Kenntnis der Dynamik der Welt, dann habt ihr alle Chance, für die Prosperität der Region ein Ort von Exzellenz zu sein. Viel Erfolg dafür. Applaus 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 Applaus